Wenn ich mich zu spät geduckt habe, sieht geil an. Achtung. Ha, ich hab einen beim Nachladen erwischt. Hurengegen. Kann das sein, dass wir sie gerade ein bisschen abfucken? Wir verlieren B, gell? Doch, noch ein bisschen. Doch nicht, doch nicht. Man muss kurz nachladen, Mann. Wir verlieren wieder B, Alter. Können die das nicht mal entscheiden? Ja, jetzt haben wir es verloren, aber wir holen uns das jetzt wieder. Warte, warte, ich geh mit auf B, warte, bitte. Bin B, bin B, bin B, bin B. Ja, da kommt jemand. Ja, ich hab keine Punkte bekommen. Ich war rechtzeitig in der Flagge, ich bekomme keine Punkte. Wo sind die, Alter? Ja, bitte, 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 bitte. Dann hab ich Hater, dann hab ich Hater. Haben wir zäh? Okay, wir haben C. Oh, scheiß, ich hab grad ne Drohne noch rausgekloppt. Oh, fuck. Wie, wie heißt auf den Geier? Die kommen auf B, die kommen auf B. Ja, ich weiß. Mach, Hater. Ja. Ja, ich warte auf für die nächste Runde, falls wir jetzt keinen kriegen. Äh, warte, ich setz, ich setz Schwimbeladung irgendwie. Sie wollen den Hater geiern, ich glaub, ich pack's nicht mehr. Ich cap'n C. Okay. Okay. Komm, komm, bin dem A. Ich hab dann Raps. Oh, ich glaub, ich freck jetzt. Äh, bin jetzt freck. Äh, hab den bei B erledigt. Mein Kampffokus braucht noch nicht ne Weile. Scheiße, Alter. Jo, er puncht mich und fliegt dann runter, so ein Trottel. Fuck, mein... Mein Kampffokus braucht noch nicht ne Weile. Klamotern? Klamotern? Nice! Aber du kannst ja auch steuern. Du kannst, das ist aber nicht. Ja, so in etwa. Boah, Erik, ich wäre so böse auf dich gewesen. gell? Ja gut, dann nehmen wir C. Dann hab ich wieder Hater. Ich wär so böse auf dich gewesen, hättest du mir jetzt den nicht gegönnt, gell? Ohne Witz. Wieso? Ich hätte dich sofort aus der Party gekickt, weil ich auf Hater war. Oder bin. Oder ich hab ihn jetzt halt. Geil, Hater zerstört. Könnt man noch gerne. Er holt mich in dem Hakenlehrer. Ich glaub, er hat einen Dinkel. Wir zerficken sie gerade. Ich wurde markiert. Danke, danke nochmal. Ich liebe dich. Wer auch immer das gerade war. Ich hab den Haken los. Ich hab den richtigen sogar noch zerstört. Sauber. Skuppelos. Äh, Achtung. Oh Mann, hör mir auf die Kill zu klauen, Erik. Ja, ich wollte mein Glück machen, nur du hast mir meinen geklaut. Boah, Alter, heul leiser. Heul leiser. Ja, heul leiser. Ja, eben. Im Haus. Äh, im Haus ist da jetzt einer. Bei, bei A. Hä, wo ist der? Das ist Opel los. Oh, danke, danke, danke. Ich hab Hecher. Oh, fuck. Hinter dir, hinter dir, Dumme. Er kommt mit rein, Digga. Boah, das war laut. Digga, eh, eh, noch nicht mal er. Kleiner Ohren, das überliebstes andere. Gewonnen. Das erste Runde. Boah, wie ich gejokt habe. Ich weiß gerade, ob ich mit Pumpe spielen soll, aber... Naja. Ich hab erstmal einen Schluss für meine Stimmbänder. Ich glaub, wenn ich jetzt mit Pumpe spielen... Bitte hilft, bitte helft mir, bitte save mich, bitte, bitte, bitte. Ich liebe euch alle. Ich geb euch allen einen Tafel Schokolade, mindestens. Ja, hau den Hater raus. Ja, warte. Erst wenn es C fertig ist. Ja, ja, genau. Ich will mindestens 20er Streak haben. Ich bin ein oder zwei. Ich bin direkt... Ja, lasst den B, lasst den B, komm, scheiß drauf. Wir müssen mal kurz Streak aufbauen. Oder wenn es geht, holt euch halt B. Ich geh rechts. Und ach, geh ich und bin tot, weil ich hängen geblieben bin. Es wäre locker der Nuklear gewesen. Egal, komm, scheiß drauf, ich nehme A. Und ich speichere den Clip gleich ab, Alter. Erinnert mich mal bitte dran, okay? Boah. Boah, danke, Jungs. Ich liebe euch. Okay, die spawnen direkt bei uns wieder. Ist noch jemand von euch irgendwie auf einer Streak? Ich möchte euch ja jetzt auch helfen dann. Wir verlieren B. Der und ich. Nein, die spawnen hinter mir. Ja, die spawnen... Haben... Sind eben neben mir gespawnt. Das ist lustiger, irgendwie. Alter. Junge, Alter. Ich hab grad... Drei bei A erledigt. Alter, wir haben alle fucking... Dingens. Yo, er schluckt erst mal. Achtung, da kommt jemand. Oh no, schaff ich aber nicht mehr, oder? Nuklear schaffst du noch. Fuck, ich bin da auf Haterprag leider. Bin bei A. Ja. Ja, lasst dir mal eine Flagge bitte, damit die nicht random spawnen. Achtung, da ist jemand im Haus. Ist ich da nicht drauf gegangen. Fuck, 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 fuck. Danke, Dorma, danke. Darf ich deine Vorräte bitte haben? Oh, Manu. Ich hab Kontodrohne, soll ich machen? Äh, ja. Mach einfach. Wir dominieren die sowieso gerade. Komm doch, Dorma stirbt auf Nuklear, gell? Er rastet total aus. Und ich so... Ja, fuck. Weil ich... Okay, dazu muss man sagen, ich bin noch verreckt... Äh, verreckt wegen meiner eigenen Dummheit. Weil ich da hängen geblieben bin. Vor Schock. Ich hätte ihn noch locker bekommen. Hä? Wie hat der... Hab ihn, hab ihn. Ja, aber ich frag mich, wie? Der Raketenwerfer. Ich habe über mich geschossen. Ja, dann sollen sie A haben, okay. Äh, Tobi, willst du meine Vorräter? Ja, bitte, komm, ich will mich mal einmal kurz abreagieren, nachdem ich mich die ganze Zeit auf Hater geschwitzt habe. Oh, fuck. Hier hier. Danke. Komm, bitte Raps. Bitte Raps oder so. Irgendwas, irgendwas Gutes. Ich fand wieder Blut rünstig. Geist. Geist. Ich habe so ein Packlack. So ein unnormales Packlack. Lass dir mal ein paar mehr Flaggen. Ja. Lass dir ein paar Flaggen, wir gewinnen das auch mit einer Flagge. Alter, von wo hat der Wichse nicht. Fuck, 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 fuck. Ähm. Ne, lass die A-Flagge, bitte. Bitte lass die A-Flagge. Lass die A-Flagge. Ich glaube ich, es hackt. Es hackt. Quot-Feed. Schade. Boah, wie ich gerade war. Quot-Feed von Wetten. Ja, ich zündet mich einfach. Okay, nehm' A. Ach, schaff' ich glaube nicht, ne. Ich brauche einen Doppelkill, man. Wenn ich Kinetik-Rüstung anhabe. Wir haben Chargen verloren. Das sieht gut aus. Macht mit der Mission weiter. Hm, Drohne zerstört. Was denn die F- Boah. Und ich bin wieder tot. 37,7. Alter, da wäre ein Nuklear drinne gewesen. Schade. Ich hab die 34,7 Tobi. Das ist ja fast dasselbe. Komm runter. Du hast mehr, aber mehr viel mehr eingenommen. Wie zur Hölle hat... Wie zur Hölle hat der erste von denen bei 6 zu 29 und 7 Einnahmen 3000 Punkte, Alter. Der hat die ganze Zeit, äh, Drohnen gegeiert und Hater gegeiert und was das so eine Scheiß. Das ist mittlerweile Volkssport in COD. Hm. Geiern. Das haben sie alle getan. Bis auf diese eine. Der hat 13 mal gecaptured 13. Man sieht sich zu filmen. auswinkelt, ja. Kommt schon. Also so zwei Games bin ich noch dabei. Dann muss ich meine Fragen überholen. Abspeichern. Was? Okay, komm. Komm. Äh, ausgeben. Gut. Jetzt wird das erst mal geladen. Ja. Ja. Komm. Die erste. Und. Komm, 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 komm. Oh nein. Oh nein. Nein. Alter. Nein. Das erste packt direkt Pech. Guckt's euch an. Die Seite. Er ist. Er ist übergehalten. Okay. Komm, 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 komm. Nächste, nächste, nächste. Hop, 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 hop. Okay. Komm. Legendär. Und selten. Ja. Booyaliger. Sogar die geilste Tarnung, äh, finde ich. Mit einer der geilsten Tarnungen habe ich für die VMP, für meine Lieblingswaffe. Okay. Kann nur noch besser werden. Okay. Einmal nur mal. Komm, selten. Nice. Und Länge der. Yo. Daniel, ich hab noch keinen. Zumal die Runde mein Reeper eingesetzt, gell. Ich hätt schon 10 Mal. Komm, und direkt. Nächste. Hop, 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 hop. Da war sie einmal selten drin. Okay. Nochmal selten. Komm. Ah, schade. Freibeutefolie. Alte. Activation. Wollt ihr mich verarschen. vom Witzschlag mitten im Haus bekommen. Okay. Scheiße. Noch mehr, noch mehr, noch mehr. Komm, dabei einmal lecken der drin. Komm, und selten. Bitte. Ah. Natürlich. Hitzetarnung für, äh, XM53. Willi-Linige. Oh, Digga. Die bret sie grad mit P16. Oha, 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 oha. Hof, na? Vorstoß. Ritualtarnung für die XR2. Und Prahlengeste. Gewirr sich einfach über jeden. Scheiß, Mann. Ja, hey. Komm, 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 komm. Da ist wieder zwei Mal Legendär drin gewesen. Yo. Einmal Legendär. Hoch in die Luft. Visitenkarte. Uh. Komm, bitte jetzt einmal ne Waffe, Alter. Ich hab nur noch drei Sachen. Ah, Monochrom für die Game Maker. Hey, du hast doch 20 Euro geholt. Ja, ich hab aber erstmal einmal aufgeladen, falls es doch Müll ist. Ja, okay, und. Ja, hey. Gefühlt alle zwei krieg ich normal, selten normal, Alter. Und das letzte. Komm, da muss jetzt die Waffe drin sein. Bitte, bitte, bitte. Sonnenschein, Tarnung für Locos. Ich fühl mich gefickt. Jungen, Alter, richtig geil. So, doppelt eintauschen. Also, ich habe sieben normal doppelt. Einen selten, zwei Legendär und ein Episch. Grad nochmal ein 30er Pack. Ja. Und zwei 20er. Äh, 21er. Ich hab fast 100 Kryptos. Was? Ja, 93 Kryptos hab ich. Waaah. Komm, 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 komm. Okay, Nachtkörper und? Piken. Skorpion. Natürlich. Wollt schon immer haben. Ja, Digga. Hallo. Komm, da muss doch einmal eine Waffe drin sein, Alter. Ja, ja. Da hab ich das Butterfly, glaub ich, der hatte gesehen. Eishahnung für KRM. Ich zieh nur Müll, gefühlt. Dann stumm ich mal die anderen zwei wieder. Ja, Müll zieht Müll. Komm, 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 komm. Ja, hey. Oh Gott, guckt es euch an. Es kommt jetzt erst vor euch. Gomi, geh mal raus und lade mal rein. Alter, ich fühl mich gefickt, Junge. Achso. Wenn er jetzt ne Waffe zieht, dann ist sein Leben dann. Kommt er da raus. Wieder mach' gut mal. Gut, doppelt eintauschen. Tusch jeder drei doppelt eintauschen. Okay, jetzt 10er Packs. Da hatte ich immer am meisten Luck, Alter. Bitte ne Waffe aus dem 10er Pack, Alter. Ich knutsch mein Monitor. Obwohl ich ihn dann morgen wieder sauber machen muss. Komm, mein Monitor kaputt, Alter. Standardroboter, wie siebten Karte. Ich hab' die, glaub' ich, aber schon. Komm noch, die letzte Pack. Das letzte Pack, ne Waffe. Bitte, bitte, bitte. Prestige Tarnung für Razer Pack. Ähm, ich weiß nicht, ob ich sie einlösen soll. Was meint ihr? Später noch. Ja. Oh, ich mach's noch mal. Nochmal. Noch ein 10er Pack. Komm, 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 komm. Pack, 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 pack. Bitte, 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 bitte. Ja, es war nur einmal Legendär drin. Und ich krieg's selten. Firebreak, gute Spielgeste. Gut, ich hab' noch 100 Kryptos. Äh, 100 Counter-Strike Punkte.